wir sind noch ganz gut unterwegs so viele stages noch dass es die rakete ist also ich kann wirklich größere basenteile damit immer noch gut transportieren muss ich sagen sehr entspannt von der größe her insgesamt ich glaube wir können das firing dann jetzt tatsächlich gleich deployen so jetzt trottel ich mal hoch damit wir unseren orbit fertig bekommen das müsste fast noch auf der stage klappen ich glaube ganz knapp nicht mehr werden minimal schub aus der nächsten stage nehmen müssen aber ich glaube was wir uns mal merken können ist wahrscheinlich für diese stage hier können wir eine änderung machen ich glaube dass wir hier keinen skipper mehr brauchen ich glaube tatsächlich dass uns hier einen pudel reichen würde weil wir sind dann schon so weit raus dass wir das schlimmste hinter uns haben so zack orbit erreicht und eine kleine runde heavy scale oder massive scale launches gibt es noch und jetzt kommt die sekunde der wahrheit alles gut gegangen sehr schön das heißt wir können jetzt auch gucken dass wir unser unsere haupt antenne für die mission ausfahren und unsere beiden solar panels für die grundsätzliche stromversorgung so dass wir hier erstmal grundsätzlich io sind das sieht auch gut aus strom lädt auf wir sind also vorbereitet sind im orbit haben jetzt in der stage 1500 delta wie das reicht locker um den mond zu erreichen und noch zu bremsen das heißt völlig overdone völlig overdone ja dass das fairings also ich habe mittlerweile rausgefunden ich hatte früher immer fairings auf einer zweier separation also dass halt zwei klemmshells oder zwei muschelseiten wie man das nennen will sich lösen seit ich das auf vier umstelle regelmäßig also bei mir zumindest ich habe ein bisschen rumexperimentiert für mich funktioniert es wenn ich vier seiten im klemmshell deploy nehme und die auf eine force von ungefähr 400 oder relativ exakt 400 stelle das funktioniert bei mir ziemlich gut nur mal so als tipp für leute von euch die eventuell auch probleme mit den fairings haben das hat es bei mir gelöst dieses zweier klemmshell deploy hat regelmäßig mal eine rakete durchgesägt und sie einfach an der stelle gecuttet wo sie war sehr schön was ist ja heute was ist denn heute hier los irgendwas geht nachher ganz fürchterlich schief einfach nur aus prinzip schöner sauberer anflug direkt auf ich sag mal 40 kommt lass uns auf 30 runter gehen weil ich übrigens darauf angesprochen worden bin mit dem feintuning also ich habe mich dann gewöhnt an den manöverdingern zu ziehen aber jetzt gerade ich kommentiere das dann meistens nicht für dieses feintuning benutze ich natürlich auch das mausrad das heißt wenn ihr über so ein bubble rüber geht und das mausrad dreht könnt ihr sehr feine justierung machen wenn ihr das mausrad schneller dreht natürlich auch sehr grobe was ich jetzt gerade getan habe weil ich mal wieder was zeigen wollte und je langsamer ihr das mausrad dreht umso feiner werden die einstellungen die ihr da macht je schneller ist dann wiederum dreht umso schlimmer wird ich glaube mein mausrad stirbt gerade oh nein es dreht gerade durch 191 meter ist ein bisschen arg knapp also dafür für feintuning eurer manövernotes zum beispiel das mausrad nehmen oder man nimmt den mod ja ich glaube der manöver planner ich glaube bei mechchab ist auch einer mit dabei gibt bestimmt noch ein paar andere mods ich weiß dass beim mechchab einer mit dabei ist oh gott mein mausrad ist heute im streikmodus so 30 kilometer fertig gut dann haben wir da unser manöver da kommen wir gerade wieder aus der dunklen dunklen nacht heraus genau process manöver wurde auch noch genannt also ich denke wie es das schöne ist bei ksp durch die vielen mods gibt es halt viele viele schöne möglichkeiten wie man sich die probleme lösen kann und finde ich auch gut dass so ist wir werden circa eine minute 27 für den burn brauchen das heißt was ich jetzt mache ich richte uns mal auf das manöver schon mal aus und werde dann tatsächlich bis eine minute vor dem manöver ran zoomen weil wir haben ein relativ mächtiges triebwerk jetzt noch sieht man ja schon mal burn time 1 minute 27 und warp to next manöver macht ein warp bis eine minute an das manöver ran das heißt wir sind dann ziemlich ideal unterwegs und asteron hbs willkommen bei den körbonauten vielen dank fürs follow und viel spaß beim zugucken und da sind wir jetzt schon wieder nur noch zwei follows vom stream follower ziel entfernt mit 10 ich muss ehrgeiziger werden ich muss tatsächlich ehrgeiziger werden das nächste mal steht da 20 so nein gucken wir mal gut ausgerichtet sind wir das heißt wir können ans manöver ranworben und uns dabei einmal um körben schwingen und alles angucken hast du willkommen erst mal ich habe heute auch erst mal ein eis schnabuliert nach meiner gartenarbeit da war mir auch ein bisschen warm heute ist echt tolles g nox vielen dank fürs abo nach langen verzweifelten versuchen hat es ja dann jetzt scheinbar geklappt vielen lieben dank und wir landen wir jetzt noch da in adler der ist nämlich gerade unterwegs zum moon und natürlich auch an antrags vielen dank für dein follow und wir geben gas in richtung mond oder moon also ich bin mal ganz zuversichtlich wenn das weiterhin so gut klappt dann kriegen wir heute auf jeden fall noch die verarbeitungsstation also ich brauche irgend so ein da habe ich auch schon irgend so resource converter mit denen ich das gypsum in fertilizer umwandeln kann dafür brauchen wir noch ein modul und also da bin ich mir ziemlich sicher dass wir es heute noch schaffen weil die rakete scheint jetzt ziemlich ideal gespeckt zu sein das heißt wir müssen immer nur noch die oberstufen bauen und klatschen dann das subassembly ran das passt und dann ist die frage wie wir das mit dem abbauen machen wollen ich tendiere ja fast dazu da würde mich mal interessieren wie ihr das seht ich tendiere ja fast dazu zu sagen dass wir uns versuchen so ein karibu rover zu bauen also ein mobiles abbaugerät mit dem wir auch ein bisschen rumfahren können und die mondoberfläche entdecken und damit dann die ressourcen zur basis zurückbringen wie seht ihr das also ich kann jetzt ich kann jetzt natürlich ein statisches mining rig bauen was wir da abstellen irgendwo oder und das wäre die überlegung so ein rover diesen großen karibu rover zu nutzen dass wir den als mining rig verwenden und damit eben mobil bleiben so jetzt versuchen wir mal so exakt wie möglich das manöver zu treffen zack und wir sind bei 40 kilometer ich würde sagen das reicht und wir machen noch einen kleinen schub 28 ok und er ist völlig am ausflippen läuft bei ihm ok wir lassen das einfach mal gelten würde ich sagen und der senketsu hat sich auch noch für ein abo entschieden und ich krieg hier gerade irgendwie das große zucken was ist denn hier los warum zappelt dieses manöver sich so kaputt und platz ist immer auf der colonisation liste die ist halt lang das muss euch allen klar sein und ich suche halt immer nach den zielen die ich brauche kürbels aus das sind glaube ich über 300 kürbels mittlerweile auf der liste davon sind natürlich auch schon weiß ich nicht gut 20 oder sowas im spiel und wir werden unseren nächsten großen schwung auf jeden fall bekommen wenn unsere space academy hier oben das space oh gott ich kann nicht geben aus dem orbit manöver mod raus das kann man sich ja nicht angucken unsere space academy hier läuft noch elf tage und vier stunden da kriegen wir auf jeden fall wieder welche raus und ich werde jetzt als nächstes natürlich die crew für die moon base 2 zusammenstellen und da wird dann wieder der nächste schwung auch reinkommen weil da haben wir einiges vor da wird es das erste mal wahrscheinlich bergbau geben wir werden aktiv farmen betreiben also da passieren jetzt ein paar sachen und genau wenn man ein bisschen geduld hat also die müsste einfach mitbringen im laufe der serie sehe ich eine ganz gute chance dass wir die kürbels nach und nach abarbeiten die so sich beworben haben ich muss trotzdem leider kurz aber wir könnten sonst sagen ich machen überhaupt hier so einmal hier aus dem geflackert rauskommen ich hoffe das legt sich sobald wir in der sphere of influence vom moon sind die liste ist im discord verlinkt und ich muss unbedingt glaube ich mal einen kommando für ein bot erstellen ansonsten neo du kannst natürlich auch als mod die liste selber posten ist das nicht cool weil du darfst als mod links posten wenn mich nicht alles täuscht wir haben jetzt hier ein mod den neo habe ich gestern mal zum mod gemacht weil es ist immer wieder aufgefallen dass wenn ihr clips erstellt oder wenn ihr sachen verlinken wollt dass das nicht geben ich kann jetzt neben dem stream immer ganz schlecht noch so und dann erlaube ich das der neo hat das gestern mal geübt der kann euch auch wenn ihr was posten wollt also mal link posten wollt zu einer liste einem formular einem clip oder sowas dann fragt im chat einfach kurz den neo ob er euch für ein zwei minuten die rechte geben kann dass ihr dass ihr einen link posten dürft und dann kann der neo das nämlich machen der hat da jetzt so ein kommando als mod weil das fand ich mal ein bisschen doof dass der bot euch das dann verbietet und der neo hat den jetzt voll unter seiner kontrolle den ollen bot so wir machen mal eine bremsung in den orbit wir haben noch sechs gott werden aus 660 delta wie fast drin in der kiste und das ist noch die transfer stage eigentlich gut dies halt für etwas größere sachen gesized etwas größere sachen so dann haben wir das dann können wir hier auch schon mal uns zum manöver ausrichten genau momentan ist neo der boss im chat ich werde mal noch gucken je nachdem wie sich das weiterentwickelt und natürlich weil neo sicherlich auch mal was anderes zu tun als meine live streams zu gucken hast du eigentlich nicht neo oder ob ich ein zwei andere leute noch findet die regelmäßig da sind damit die das ein bisschen unterstützen können da geht es mir gar nicht so sehr darum dass ich wir haben ja fast kein problem mit spam oder sowas mir geht es wirklich eher darum dass jemand euch solche sachen erlauben kann weil das ist schon immer ganz gut und die fragen nach denen also mit ausrufezeichen sie kennen könnt ihr euch übrigens die mod liste besorgen das ist als kommando drin aber wenn mal irgendwelche sachen sind oder man will man link in irgendein wiki posten und so finde ich das schon ganz praktisch wenn da die möglichkeit auch gegeben ist so wir warpen uns ans nächste manöver so jetzt müssen wir nur noch aufpassen dass unsere funk verbindung die ist aber momentan noch okay nicht abreißt vor dem manöver da bin ich aber ganz unbesorgt was ist das mysteriöse steinbogen aber das ist das ist unsere andere basis dass die basis 1.0 wo zurzeit auch ein paar kürbels leben wie lange eigentlich noch kürbens space station moonbase alpha 54 tage da müssen uns echt bald den kopf machen und wo ich gerade vom neo spreche guck mal der neo der marius der zambier der pit wohnen da die müssen wir innerhalb der nächsten 54 tage auch mal abholen weil denen sonst die supplies abgehen ausgehen tun sie natürlich so wir machen unser orbital manöver um uns in den orbit zu ziehen aber das ist gut dass wir so viel überschuss haben das heißt wir können den reaktor dann relativ exakt platzieren also können auch wieder gegebenenfalls so hüpfer und sowas machen expired bedeutet dass der strom abgelaufen ist das stimmt natürlich nicht weil dann hätte ich schon eine warnung bekommen das ist einfach so die module werden ja nur geupdatet wenn ich da bin und der rechnet den strom natürlich einfach ich habe jetzt so viel strom in der batterie und ich verbrauch so viel de facto wird ja aber durch die solarzellen durch eine fuel cell an der moon base und so weiter strom erzeugt so dass die basen auch immer wieder neuen strom rein bekommen wenn wirklich der strom ausgeht bekomme ich eigentlich werde ich dann aus dem time warp gerissen und bekommen eine warnung dass das der fall ist von daher solange das nicht passiert sollte eigentlich ganz alles ganz okay sein jetzt haben wir natürlich das problem dass unsere moon base bravo gerade im dunkel unterwegs ist aber das problem haben wir nur sehr eingeschränkt denn wir haben an die module glaube ich lampen angebaut das heißt ich werde da jetzt unten mal die bodenbeleuchtung einschalten ne externe also generell sind stromerzeuger nicht egal ob extern intern sonst irgendwie es wird einfach nur mit der batteriereserve gearbeitet so was wir jetzt mal machen ist wir machen hier nämlich unsere warnleuchten an so damit wir das ziel gut sehen können im anflug also wir haben zum einen die bodenbeleuchtung die müsste man eigentlich von oben ganz gut erkennen können ab einem gewissen punkt und die waren leuchtung waren die leuchtung und jetzt kommen mal hatte ich hier auch noch leuchtung angehackt nene hier nicht hier nicht okay aber das ist auch nur der batteriestapel den sieht man dann aber eigentlich auch hoffentlich die stehen jetzt im dunkeln wollen wir es probieren im dunkeln ich meine ich habe eine ungefähre zielbeleuchtung das kann man glaube ich machen ist halt ein reaktor den wir im dunkeln landen die andere alternative wäre den reaktor jetzt erst mal im orbit zu lassen und zu warten bis wir mit der neuen moon base wieder im tages licht sind ich würde aber fast zu der nacht landung tendieren oder weil ziel ist beleuchtet und und wir können ja auch ein ziel an also wir können das ja auch als ziel anpeilen also als target setzen so dann worpen wir uns mal rüber auf die andere seite was ist hier los you have colonized the moon wait okay aus welchen gründen auch immer hat er wohl gedacht naja wenn auf der anderen basis kürbels sitzen dann habe ich den vertrag wohl erfüllt ist cool ist für mich ist das cool gucken wir mal ob sich daraus ein anderer neuer vertrag ergeben hat also scheinbar ich gucke nochmal sicherheitshalber nach aber das war der vertrag den wir neu angenommen haben oder der ist auf jeden fall weg okay dann gucken wir doch mal ob sich daraus was neues ergeben hat Rotate crew Tourist to low carbon orbit carbon space station plant flag on minmos bla 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 Irgendwas Bring free tourists das noch nicht Grand tourist tour of yule das wird auch noch lustig so ja gut also momentan nichts was mich so richtig sofort anspringt gut da müssen wir jetzt mal gucken ob wir Wir haben gerade ein bisschen glück dass wir den scansat als relay nutzen können und jetzt kriegen wir auch schon die basis scheinbar als relay sehr gut okay dann schauen wir mal wir müssen ein manöver einplanen um wir machen das mal ein bisschen später wir haben nämlich echt überschuss treibstoff bis zum geht nicht mehr das heißt wir können uns einen exzessiv abgefahren senkrecht lokalen abstieg erlauben so Ich würde sogar noch ein bisschen weiter gehen das sind das sind nur 300 und ein bisschen delta wie und je schöner wie hier Senkrecht Senkrecht runter kommen umso besser kann ich das nach korrigieren und ich gehe jetzt mal noch ein bisschen dahinter mal noch ein bisschen dahinter dass wir bremsen können noch so das sind keine ahnung 300 delta wie besonders viel wird es nicht sein 26,7 sekunden sagt er brauchen wir um 400 einen delta wie raus zu brennen also wären es irgendwie so 23 sekunden burn sein ungefähr ungefähr und dann haben wir schon mal den descent zack und haben dann noch hier eine echt überflüssige also eigentlich überflüssige stufe auf der wir einen großteil des Abstiegs bremsen machen können denke ich mal das wird uns sehr viel sprit hier oben im sky crane sparen was ich jetzt aber schon mal mache weil ich es sonst immer gerne vergesse ist die dinger hier ausfahren damit unser sky crane nachher nicht wieder sich selbst erhitzt so sehr schön ok also wir hatten gesagt ungefähr 24 sekunden wir sind jetzt noch zwei minuten und ein bisschen vom manöver weg und verschwinden gerade in der dunkelheit ich zoome uns da jetzt mal ran und dann versuchen wir das teil mal ordentlich abzusetzen da unten ist auch schon die wohneinheit das heißt wir kommen jetzt relativ relativ exakt oben drüber so bin ich mal gespannt also ich hoffe ich saue das nicht wieder so wie mit dem so wie mit der ersten batterie an landung ich habe die quer verweise im chat schon gesehen danke für die erinnerung daran und ich glaube die batterie landung war im dunkeln bei dem tag ich weiß nicht letztendlich gescheitert ist ja an zu wenig treibstoff das ist so ein problem das werden wir heute definitiv nicht haben also jetzt mit 3700 delta wie um und bei aber guck mal mit körperaufgang included nicht schaffe ein modul auf auf dem moon anzuladen dann bin ich selber schuld so 24 sekunden ich spekuliere jetzt einfach mal dass das so passt und wir gehen in die bremsung rein sieht gut aus relativ exakt getroffen vom timing her gut geschätzt so bisschen Schub rausnehmen damit wir das ordentlich treffen und ich tendiere fast dazu dann wir müssen halt aufpassen dass uns die dinger nicht irgendwie auf der moon base einschlagen so wie sieht es aus es sieht aus als ob ich mein manöver hätte nochmal korrigieren müssen zack das können wir jetzt aber gleich mal tun wir wollen nämlich overshooten so oder wir machen es stattdessen lieber so können wir nochmal bremsen vorher so zack dreh dich dreh dich ok 58 delta v die haben wir nicht mehr ganz in der stage hier aber ich glaube die stage reicht um dafür zu sorgen dass wir erstmal drüber kommen so jetzt gehen wir auf die nächste stage das ist dann die hier so und ich gehe noch ein bisschen drüber einfach um sicher zu gehen so und der tank müsste jetzt eigentlich irgendwo hinter der base einschlagen das sollte passen sehr schön gut wir sind jetzt im surface mode wir haben theoretisch eine trust rate ratio von 6, und ein bisschen das wird jetzt natürlich sinken je tiefer wir in die sphere of influence vom oder in den gravitation vom mond reingehen aber im großen und ganzen soll es hinhauen ähm und wir haben noch ungefähr eine minute und ein bisschen wir werden definitiv keinen suicide burn machen das verbitte ich mir denn wir wollen nicht drauf gehen bei der ganzen sache und wir haben noch aber 25 also wir haben ziemlich viel schub hinter dem triebwerk deshalb können wir uns ziemlich lange viel erlauben und was ich jetzt mache ist die rakete in so ein mittelding zwischen aus der orbitalen ansicht wäre es radial out und bremsen zum target hin oder retrograde zu machen um beide geschwindigkeiten rauszunehmen das heißt ich möchte nicht einfach nur hart auf der stelle bremsen weil dann komme ich zu kurz ich möchte auch nicht nur nach oben fliegen weil dann komme ich zu weit sondern ich versuche so ein mittelding zu nehmen damit wir das gut ausgleichen können und lasse ihn jetzt schon mal ein bisschen brennen um unsere geschwindigkeit zu reduzieren so dass wir ein bisschen kontrollierter runter kommen das sieht insgesamt aber gar nicht schlecht aus wir sind noch nicht komplett drüber da fliegt unser tank der müsste irgendwo dahinter aufschlagen und uns kurz eine hübsche orientierung geben wo wir ungefähr hin wollen das sieht gut aus unser apoapsis nährt sich uns langsam so wir müssen ein bisschen höher sonst verkürzen wir zu sehr weil ich möchte jetzt gerade noch immer deutlich im overshooten bleiben weil ich habe hier noch einen tank zu entsorgen und das wäre nicht so gut wenn wir den auf die moonbase drauf schmeißen habe ich gehört da reagieren die teile immer so ein bisschen allergisch drauf so ich sehe ihr habt richtig spaß mit den nightbot commands ne ok das sieht aber gut aus wir kommen gut rein glaube ich der tank geht auch gut drüber so jetzt kommt gleich das was mir wahrscheinlich im herzen weh tun wird nämlich ja ich warte noch ein bisschen mit dem abkoppeln von dem anderen tank ich warte noch ein bisschen wir sind aber schön so dass der tank drüber geht das heißt wir können jetzt hier noch ein bisschen speed rausnehmen wir haben relativ schöne werte also niedrige werte was die ganze geschichte angeht ich korrigiere jetzt gerade ein bisschen die ausrichtung das war schon fast ein bisschen viel noch ein bisschen ja ich glaube so soll es passen dass wir wirklich drüber gehen so mit o und ohne h ich glaube ich werde mich jetzt wir brauchen noch 200 delta v um zu bremsen ich glaube ich entledige mich jetzt von der nächsten stage damit ich mit dem sky crane arbeiten kann und schon mal ein gutes gefühl dafür bekomme ich check nochmal kurz der bogen ist gut dass es an der base vorbei geht weil ich muss jetzt gleich die horizontale geschwindigkeit raus bremsen und da möchte ich den anderen tank schon los haben so das war das fairing das haben wir ja schon erledigt sieht es eigentlich mit dem strom aus sieht gut aus ok das heißt jetzt separation auf den sky crane und jetzt ist es nämlich auch kein stress mehr zu sagen wir bremsen gleich die vertical ein bisschen raus äh die horizontal ein bisschen raus wenn wir nämlich drüber sind das ist gar nicht mehr so weit weg ich fange schon mal an ein bisschen mich zu trennen also wir haben noch ein horizontal speed von 34 im moment ich nehme den jetzt mal auf 30 runter so im moment sieht es ganz gut aus wie wir reinkommen und wir können schon mal das fahrgestell oder das stehgestell in unserem falle ausfahren so wir werden jetzt noch ein bisschen die geschwindigkeit reduzieren vorne her schon mal ähm damit ich nicht ganz so schnell reinkomme ich möchte nämlich nicht nachher einen suicide burn machen ich stehe nicht so auf suicide burn weil suicide burns weil die bei mir meistens wirklich in einem suicide enden und deshalb können wir jetzt lieber die geschwindigkeit ein bisschen reduzieren vor also vor allen dingen die vertical da muss noch ein bisschen mehr schwung geben glaube ich so und ich glaube jetzt sind wir ganz gut beraten tatsächlich den abwerfen der tanks hat schon mal gut funktioniert so wir haben noch ganz gut schwung drauf noch 900 meter bis zum boden wir kommen auf jeden fall unter einem kilometer entfernt runter so das sieht aber alles ganz gut aus ok sehr schön ich guck jetzt dass ich nicht zu schnell langsamer werde für die letzten 500 meter abstieg aber halt auch nicht schneller so sieht das ganz gut aus ok wir machen jetzt einen schönen spritintensiven abstieg in die nähe werden dann wahrscheinlich nochmal einen kleinen hüpfer in die richtung unserer basis machen aber erstmal machen wir die erste landung fertig 300 meter noch 9 meter pro sekunde haben wir gerade absteigergeschwindigkeit das sieht alles gut aus ein bisschen glück kommen wir sogar unter die 500 meter eh schon drunter aber da das ein bisschen mehr convenient ist nicht so weit rennen zu müssen also theoretisch könnten wir von hier aus schon strom verteilen fast bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020